Hallo und herzlich willkommen in Rapture. Ja, ist hier noch irgendwas? Erstmal, wir haben hier noch eine Medi-Station. Und wir haben hier einen Zirkus der Werte. Dann wärmer den mal... Oh, bisschen schwierig, aber ich würde das erstmal gucken. Können wir hier nach oben gelangen? Nein, ich muss hier rum. Hier nach oben. Hier haben wir noch einen oben. Hier haben wir noch den hier. Dann brauchen wir den hier, den hier und den hier. Da haben wir's doch, den Autohacker. Ja, das wär auch Verschwendung. Wenigstens einmal selber probieren und so... Willkommen im Zirkus der Werte! Na toll. Trinkt ja nicht wirklich viel. Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Und da dann, hier oben hat man ja... ...erledigt, so, was haben wir hier Schönes? Leiche im Rollstuhl. Dollar. Finde ich doch immer wieder schön, dass es... Hier auch Geld. Hier war nichts in der Handtasche. Und hast du noch was Schönes? Auch ein bisschen Geld. Pistolenkugeln. Eine große Schönheitsgöttin. Er wird alles ruinieren. Ich hab mit dir. Lass ihn von deinen Arten in Stücke reißen. Äh. So, dich hacken wir dann erst mal. Ach, der sieht doch auch einfach aus. Zack, 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 zack. Ein Hack'n'Slay. Ne, ne, ein Hack'n'Slay ist ja ein anderes Stronger. Hack'n'Slay hat... Ach halt. Hatte ich ja schon mal vorgestellt. In... Mein... Gezeigt. Äh. Damals hatte ich es noch Spielesause genannt. Aber jetzt heißt es halt gezeigt. Und zwar... Wer sich's nochmal angucken will. Da hatte ich, ähm... Touchlight als Hack'n'Slay. Die 1 und die 2 mal kurz vorgestellt. So. Jetzt haben wir dich erst mal. Als... Und da haben wir doch... Doch. So. Ach so, weil er... Hallo. Dankeschön. Alter. Meine Fresse. Du... Du... Machst... Oh. Du... Mochtest mich... Überhaupt... Nein, 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 nein Machen wir mal kurz ein kleines Zwischenspeicherli. Da sieht es mir ein bisschen nach Kamera aus. Ah, 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 ah. So, dann hacken wir mal, die liebe Sicherheitskamera. Da kommen wir, kommen wir hier ohne Gefahr runter, jawohl. Dann ab die Post. Ich brauche noch ein seitliches, jawohl. Und jetzt ab, zack, schön nach unten. Äh, wir haben keinen unten mehr. Äh, ha, 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 so. Zack, dann zack, und den hier, so. So, da haben wir die Sicherheitskamera auch auf meiner Seite. Schrot. Das haben wir hier, eine EVE-Spritze. Ein bisschen was in der Kasse, nicht viel. Panzerbrechende mit Pistolenkugeln. Bandagen. Noch mehr Bandagen. Und ein Safe. Äh, ba, 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 ba. Ba, ha, 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 ha. Oh. Fuck, 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 fuck. So. Äh, Seite, 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 Seite. So, äh. Äh, Leute. Das geht mir ein bisschen zu schnell. Huh. Oh, Schwein gehabt. So, was haben wir denn im Safe? 1,20 Dollar und... Aber hier wissen wir dann noch... Hier ist einfach die Bandskasse, wenn wir dann noch mal jeweils hierhin zurückkommen. Ach, die Registrierkasse hatte ich auch schon untersucht. Äh, was haben wir denn hier noch Schönes? Mal gucken von der anderen Seite. Was? Wer ist unterwegs? Aphrodite. Aphrodite geht durch die Gänge. Sie glänzt wie die Klinge eines Galtfels. Steinman, ruft sie. Steinman, ich habe, was du suchst. Du musst nur deine Augen aufmachen. Und wie ich die Augen öffne, schneidet sie mich in tausend wunderschöne Einzelteile. Okay. Warte mal, Umschalt. Oh, okay. Was ist denn das für... Auch interessant. So, dann machen wir mal... Jetzt haben wir hier einen G-Patronen, Schrank-Bandagen. Ich sollte mal... ...DMG mal auch ein bisschen benutzen. Ich krieg da immer Patronen dafür, aber... Hier haben wir noch eine EVE-Spritze. Bringt mir aber nix. Erstmal die Medi-Station hacken. Falls ich da niemand dran heilen will. ...dass der dann stirbt. Dass der dann stirbt. So, aber... ...jetzt... Das ist zwar einfach, aber das, weil hier so viele sind, ist das für mich ein bisschen verwirrend. Äh... ...bapp, bapp, bapp, der hier. Zack, zack. Und wo haben wir ihn? Hier. Fertig. So. Erstmal da lang, wo der Pfeil nicht lang zeigt. Aber in dem Fall wär's, glaub ich, egal gewesen. Oh, hier hab ich noch was. Vergessen? Na, egal. Was soll ich bloß mit dir hier anfangen, Aphrodite? Sie hält einfach nicht still! Ich will doch, dass sie schön werden. Aber es gelingt mir nie! Die hier, zu fett. Die da, zu groß. Jene, zu symmetrisch. Und das da? Was ist das, meine Göttin? Ein Eindringling? Er ist hässlich. Hässlich! Hässlich! Ja, du bist hässlich! Sieh dich doch, widerlich! Ich hätte ihn vielleicht auch vorbetäuben können, aber egal. Ich hätte ihn vielleicht auch vorbetäuben können, aber egal. Es war schon sehr, sehr, sehr. ... ich hab's nicht mit dem guten Stein! Ich hab's nicht mit dem guten Stein, oder? ... oder? Ich hab's nicht mit dem guten Stein. Ja, das war's mit dem guten Stein. Notschlüsse, Antipersonen und Antipersonen. Aber wir hacken halt erst mal. Ja, ja, wir hacken hier erst mal die Medi-Station. Es war doof, dass sie sich hier heilen konnte. Deswegen sollte man die nämlich auch hacken, damit sich dann die Gegner nicht so unbedingt daran heilen können, an den Medi-Stations. So, hätten wir die auch gehackt. So, hier haben wir noch MG und safe. Hacken wir mal. Wir brauchen unbedingt Money. Money makes me funny. So, okay. Nach unten. Zur Seite. Oh Mann, zu schnell, zu schnell, zu schnell, zu schnell, zu schnell, zu schnell. So, wir haben... Äh, 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 ha, 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 ha. So. Weil wir hatten nur noch einen zur Seite, aber wir haben... Doch, den richtigen haben wir. Uh, so, gut. Uh, so, gut. Uh, so, gut. Was haben wir? Hallo? Safe untersuchen. Toll. Neun Verbandskästen, Verbandskasten. Na, na prima. Das bringt ja gar nichts. Ich dachte, vielleicht ein bisschen Geld wenigstens, aber nee. Toll, und hier nur... Hm. Das bringt ja überhaupt nichts. So, äh, ach so, hier war sein Labor. Ist hier noch was? Geld? Paar MG-Patronen. Hat die Leiche noch was Schönes? Nicht das, was sie sollte, okay? Die Naht hätten wir und fertig. Die Nase ist hervorragend gelungen, Dr. Steinman. Doktor? Wissen Sie, wenn ich Sie jetzt so ansehe, ich hab gar nicht bemerkt, wie in Ihrem Gesicht alles hängt. Skalpel! Wie bitte? Skalpel! Doktor, ein Lifting ist bei ihr nicht vorgesehen. Wir schneiden nur hier ein wenig ein und... Doktor? Hören Sie auf zu schneiden! Doktor? Doktor, hören Sie auf zu schneiden! Holen Sie den Leiter der Chirurgie! Den Chef der Chirurgie! Schnell! Alter, was für ein Mist-Sack. Äh. Ach so. Ist hier, ich guck mich mal noch um. Den Save, da waren noch die Verbandskästen drin, die ich alle nicht tragen kann. Medistation heilen, brauche ich jetzt auch. Nö, dann kann ich mich hier wieder raus begeben. Und ich hab die schönen Antipä... Ah, hier haben wir noch Schrank, Verbandskasten, kann ich alles nicht aufheben, verdammt. Gut, dann würde ich mal... Ne, hier lang nicht. Och. Ich bin immer... Ich bin immer... Also, wie gesagt, das hat... Habt ihr ja schon bei Doom gesehen, dass ich ein bisschen orientierungslos bin. Hier blinkt noch was. Schrot. Okay. Ja, 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 ja. Ja, ich bin überhaupt nicht gerannt. Ich bin total... Ich bin gegangen, ganz lieb. Statische Entladung. Ryan Industry stellt die neuste Entwicklung der genetischen Abwehr vor. Statische Entladung macht aus ihnen eine wandelnde Tesla-Spule, die jeden ihrer Angreifer elektrischen Schlag versetzt. Ja, das finde ich doch mal super. Und, mh, lecker Kuchen mit Creme-Füllung. Mh, nam, 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 nam. So, hier haben wir noch den schönen Zirkus der Werte. Mal gucken, was hast du jetzt für uns? Mh, oh. Ich glaube, wir kaufen uns da mal ein paar MG-Patronen. Yves-Spritze und Verbandskästen und so. Hab ich ja alles noch. Ha, 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 ha. So, äh... Hört sich an, als ob da wieder ein Tunnel einstürzt. Das klingt gar nicht gut. Da war ich überhaupt... ... ... ...